so dass im Bauch und wieder abzunehmen am Anfang ist immer so ein Leck was ich habe wieder vergessen das ist viel zu laut ist es wieder ich weiß wie ich jetzt schneller wie den ich hab so einen Covert haben und der macht das ganze kleiner irgendwie ein Gigabyte auf 16 MB oder so und dann rennert das ja schnell, weil das ja eine kleine zerteile dann ist das Konvertieren schon an sich braucht halt lange geht eigentlich ich glaub das Konvertet schon in HD Konverten kann das eigentlich nicht ganz in HD ich mach mal einen Test also ich kann es ja jetzt noch nicht wissen wenn ihr die erste Folge die erste Folge wird jetzt einfach mal mit dem Converter nur mit dem Converter gerendert hochgeladen und wenn das irgendwie nicht in HD ist dann wird das nächste konvertiert und dann gerendert das ist jetzt nur man testen okay nur die erste Folge die dann 480p oder so ist bing bing also bitte dann nicht irgendwie aufregen oder so was die Kraft, Mensch? ich hab noch keine gecraftet, was ich mache eben eine Kraft, Alter im Menü leckt das ein bisschen bei mir gar nicht guck mal im Spiel leckt es nicht, aber im Menü ne? das ergibt so Sinn eine Crafting Bench ne, ist keine weißen alter ja wie soll ich da rein? Junge, du hast einfach Escape drücken, dann ist sie Crafting Bench schon inbegriffen, dann kannst du das Crafting Bench was hängt mit der Crafting Bench hä, wie kann ich denn Dings kaufen? alter, im Menü Standwand da, Holzwand Türen Holzwand, fuck alter, im Menü leckt das so komisch aber das leckt, das leckt irgendwie nicht so sondern keine Ahnung, das ist irgendwie ganz komisch oh, wo sind meine Türen? lol wieso kann ich das nicht hier machen? ey, wie kann ich hier den Hintergrund weg machen? hm ich hab irgendwas gegessen Franchi? ja wie kann man hier den Hintergrund voller Acker weg machen? weiß ich gar nicht ja, du bist voller Pro-Terrarian, ne? ja, aber das weiß ich wirklich nicht ja, könnt ihr mir das mal bitte in die Beschreibung also, nein, nicht in die Beschreibung ja, in die Beschreibung schreiben ne nein, könnt ihr mir das wirklich... ich hab die Türen da gelassen und jetzt sind die auf dem Boden doch nicht ich mach immer schon ein bisschen Holzwand ich hab fünf Türen Junge, was machst du so viel Türen? ich kann die Türen nicht platzieren du musst das so machen, Junge warte wie? jetzt kannst du so platzieren ok voller Terraria Pro ja, das wusste ich noch nicht ja ich weiß so einiges noch nicht das merkt man irgendwie ich weiß das irgendwie gar nichts wie kann man denn das Holz abbauen da? im Hintergrund kann man irgendwie gar nichts abbauen ja, wieso machst du da Hintergrund äh, vielleicht Holz vielleicht Holz hintergrund das sieht aber kacke aus äh, Standard vielleicht ich würde das in Japan können ja, das ist scheiße, ich will das auch abbauen oh, Holzpfeil so, ich hab jetzt 104 Holzwände ich brauch wahrscheinlich gleich noch mehr du hast meine Holzpfeile aufgenommen Pfeile? ja ich hab gar keine Pfeile im Inventar kannst du nach... oh doch hier sorry ja, geben ich dropp die mal jetzt da legen wir yeah du brauchst erstmal ein Bogen, du Lack wo kann man sich nochmal, ähm, Bogen machen? ganz unten einmal ganz nach unten scrollen und dann? äh, irgendwie auf den Bogen drauf tippen ich kann die nicht aufheben damit man einen Spaß macht okay ganz unten einfach lassen ein das dass ein ich du wir schon in der Aufnahme sehen, was ich zu dir geschrieben habe, aber nicht abgesendet habe. Jung. Macht's schwarz. Ich kann es trotzdem nicht kriegen. Ich habe jetzt eine Holzpfeile angesammelt. Dankeschön, Dankeschön. Gleich das Game. Ich habe jetzt sechs Holzpfeile. Willst du sie wieder haben? Ja, vielleicht. Tschüssi. Ja, siehste, ich bin wieder. Ich bin wieder. vielleicht jeden tag kommen das war gut man gewöhnt sich ja man gewöhnt sich an die spielart weil wir sind da mein kopf gewöhnt man gewinnt sich so schnell dran aber ich bin ich bin eigentlich schon da mein gewöhnt ist es gleich trotzdem bin ich der rarer ich sehe ich ja okay es geht das ist ja nur noch projekte man muss ja nur noch projekte ich weiß ich kann ob sie nicht ja wieso denn weil ich dann noch ein kleines haben die grüße wird ein und von einer fackeln Du brauchst dafür erst, ähm, ähm... User joined your channel. Ey, wir sind im Let's Play, bitte nicht join. Hallo? Nein. Äh, geht mal bitte raus, wir machen gerade ein Let's Play. Ach so, sorry. User left your channel. Wer war das? Wie wär's, wenn du mir mal sagst, wie man Fackel macht? Du brauchst, das wollte ich ja gerade machen, sonst ist er reinkommen. Fackeln? Ja, Fackeln brauchst du erstmal Schleim und das kriegst du von Schleim. Ja, ich geh mal auf Schleimjagd. Ich geh jetzt auf Volk, ja. Ja, was hast du hier gemacht? Lol, wer hat es wegen der Fackel? Scheiße, scheiße. Die Zombies sind die Schleim. Ich hab keine Erde mehr. Ich hab keine Erde mehr. Ich hab 133, will das, willst du was? Ich hab 111. So. Die brauchen Bäume. Ich geh in die falsche Richtung, ich Idiot. Und jetzt muss ich hier mal was ausdenken, wie wir hier immer hochkommen. So, ich hab's lieber, was jetzt? Und jetzt Kraft. Und du brauchst Holz. Alter. Hoffentlich hört man jetzt nicht meine Mutter oder so. Die labern gerade. Hörst du die? Ja. Okay, das war ein Scherz. Dankeschön. Junge. Ja, ich geb's dir dir ja wieder. Sofort. Alles. Ups, es hat dir was Falsches gegeben. Gebt mal wieder zurück. Jetzt, weil ich kann dir nicht alles, ich muss dir also sonst alles geben. Was hab ich dir denn gegeben? Erde. Oh. Meer. Meer. Ich hatte Ahnung. Das waren alles. Das war alles. Das ist hier grad stoppen durch. Mach mal bitte im Haus eine. Und gib mir mindestens eine. Eins bis zwei. Geh. Geh. Gib mir mal bitte zwei. Junge, kein Dreckblock. Junge, das ist viel zu laut. Das hört man im Doppel zu laut. Ja, okay, dann mach ich's dann noch leiser, ey. Mach ich's auf eins. Mach's auf null. Die Mucke. Ja, die bringt gar nix. Sound lass ich aber an. Ich kann mal den Hintergrund wegmachen, Mann. Ja, weiß ich nicht. Das ist scheiße. Ja, dann haben wir hier eine halbe Erdnutze. Ist der Timer nicht wieder? Erd, erd, bitte. Jetzt ist der, ich wollte grad gucken, ob der, wie der Timer ist und der ist grad abgelaufen. So, dann sag ich an dieser Stelle wieder tschüss. Und Job ist gleich.